Es ist bezaubernd. Es gleicht einem ASMR, es ist so bezaubernd, ich könnte kurz. Ich wollte schon sagen, was sind das für Schritte? Sie ist es. Mutter, Mutter macht Essen hier. Ach, Mutter nimmt sich Essen, alles klar. Vater, was tust du? Oh Gott, mit den Nerven am Ende, zu gut, ey. Ja, dann stell dich daneben, macht mit. Wir haben doch nicht genug. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hans, geh zur Flammenwerfer und mach dich auf den Weg in den Garten. Los. Das ist auch genervt. Ach, Personal einstellen, nee. Ich bin nicht aktiv wegen Training. Aktiv ist ja ihre Eigenschaft, so. Ja, moin. Hier, Gemälde fortsetzen. Hier ist zumindest die Entspannung drin, ey. Da hinten sind die beiden Kinder. Gott, könnt ihr nicht in eure Zimmer gehen? Das wäre, glaube ich, besser für die Welt. Gefährlich müde, gefährlich müde, gefährlich müde, wegen anstrengender Aktivität. Weil du gerade mal drei Minuten Sport gemacht hast, Alter. Das kommt mir bekannt vor. Oh, die Kinder sind immer noch am Gang gespielt, war schön. Oh, oh. Ja, hier, was von wegen, weitere Anstrengungen können böse Folgen haben. Das heißt, wenn ich ihn jetzt weiterhin darauf schicke und tritze, dann könnte es passieren, dass er verreckt, oder? Weil auch sehr unwohl, das nächste Stadium ist halt tot. Was machst du den ganzen Tag? Nichts. Kann sie deine Hausaufgaben weiter machen? Moment, das sind nicht deine Hausaufgaben. Das sind die Hausaufgaben von irgendwelchem Kind hier. Kannst du ihm die Hausaufgaben geben hier? Oh, Zogu Vorba. Gib ihm deine Hausaufgaben. Vielleicht lässt er sie ja verschwinden. Alter. Machst du deine Hausaufgaben denn? Hey, Cordula. Hausaufgaben waren los. Vorhin hatte sie ja keine gute Laune dazu, jetzt hat sie gute Laune, jetzt sollte sie auch machen. Vater, gibt es denn irgendwelche Entspannungen, die du tun kannst, dass es dir besser geht? Wannst du schon wieder zur Arbeit? Dann geh auf die Toilette und dann machst du dich auf den Weg zur Arbeit. Was machst du denn? Mit wem redest du denn? Deine Tochter ist schon lange weg. Hast du das wirklich mitbekommen? Was? Freut sich endlich aus dem irren Haus gleich raus zu sein, ey. Eben fix duschen. Vielleicht. Vielleicht geht sie mir danach besser. Ja, ein bisschen vielleicht. Cordula hat Hausaufgaben gemacht. Geil. Cordula, du solltest dich mehr anstrengen, los. Wie steht es denn gerade in der Schule eigentlich? Du bist doch ganz gut in der Schule dabei. Was soll denn das? Mutti. Jetzt mal, hast du das Bild eigentlich zu Ende gemalt? Ja lol ey. observing noch mal zu Ende gemalt haben. Das ist aber doch der Sprache. Gavine? Oh. Hätte ich das vorher gewusst. Ach, geht das nicht, weil er nicht da ist? Ach, nee, da. Er sollte noch mehr Bücher des Lebens schreiben, einfach damit die safe sind. Ich weiß nicht, ob ich die noch brauchen werde, irgendwann. Aber zum Beispiel Kondo, da würde ich gerne reinschreiben. Ja, Summer, obwohl, ne, Summer, weiß ich nicht. Obwohl, doch, sollte ich tun, sollte ich tun. Ich würde die ganze Familie reinschreiben, soweit ich kann. Das ist das falsche Mann. Ach, da kann ich gerade gar nicht zugreifen. Ja, okay. Ja, was machst du denn heute? Ach, guck mal da, Cordula hat ihre Zusatzaufgaben fertig gemacht. Der Geist von Mortimer verschwindet auch bald, dachte ich mir irgendwie. Aber sie leben ja trotzdem in den Geistern von Dumme und Mortimer weiter. Äh, Mortimer, Mortimer. So, hast du sonst noch irgendwas zu tun hier? Nee. Was kannst du denn sonst so machen, was dir denn so gefallen tut, was da zu deinem Ding gehört? Lese drei Bücher zu Ende. Logik 3. Ich dachte, du hast Logik. Ach, nee, hast du nicht. Hier, kannst du ja hier unten deine Sachen spielen hier. Und du, was machst du denn da? Ist das ein Grabstein? Aha, guck mal da. Eins. Emotionale. Emotionale? Unwohl. Ja, du stehst den ganzen Tag in der Küche und machst nur den Scheiß. Okay, wie wär's denn einfach mal? Auf den Pott gehen? Was freysen? Und, Moment, dann kannst du das verdorben noch wegschmeißen, so. Dann was essen und dann... ins Bett. Das ist dein Bett. Das ist dein Bett. Genauso wie du. Du wirst hier eher was essen, weil dann kannst du auch das verdorbene Essen wegschmeißen. So, danach kannst du auf Toilette gehen, oder? Oder du gehst hier oben... äh, oben auf Toilette. Danach kannst du auch schlafen gehen. Ne, danach kannst du duschen gehen. Und dann gehst du schlafen, so. Ach, ich bin jetzt... Summerecht Level 5. Ha, Ha Ha! Greneya! Leafa, Leflame! Oh, Shirka. Spiney! Ah, Stuna! Spiney! Gremanchu. Gorsi, Yatrui, Nisti strong, Ich hab' das Gemälde hier so toll. Sogar die Musik wurde mit eingemalt. Das ist cool. Oh, believe'n! Bebe, ne? Oh! Snibarra Watanini. Momaina Exine. Selvajero Umbra? Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Wie sieht's aus bei den Kindern? Die bennen. Er wohl noch nicht. Was machst du jetzt? Ok, er macht sich jetzt noch fertig. Und dann geht er duschen und pennen. Sie geht auf Toilette. Oh scheiße, darum. Warum wascht ihr die Scheiße denn hier unten ab? Ist das denn zu fassen? Ist die Spülmaschine kaputt oder was? Nee. Vielleicht brauchen sie ja doch ein Waschbecken hier unten. Dann würde ich eigentlich einfach mal eins kaufen. Gibt's das für eine andere Farbe? Irgendwas? Ja. Ja. Wenn sie es unbedingt haben wollen. Ach, das Klo ist jetzt auch dicht. Ist oben irgendwas dicht? Ist oben irgendwas dicht? Nee. Wieso höre ich die Tür klingeln hier ganz doll nicht? Halt, stopp. Hier sieht es aus wie Scheiße. Ja. 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 Ja, naja. Ja, naja. Ah, sie kommt von der Arbeit, geil. Und jetzt? Stänger da! Naja, Stänger da nicht. Was ist denn das? Was machst du die ganze Zeit hier vor der Tür? Angespannt, brauch dringend Urlaub. Du hast doch morgen frei, Alter. Buch schreiben. Ja, dann schreib mal ein Buch. Schreibe ein Buch des Lebens. Und eine Entschuldigung für... Ne, lieber nicht. Kann ich ein Buch des Lebens über irgendwen schreiben und verkaufen? Oder kann ich das generell irgendwo veröffentlichen? Schreibe ein Buch. Mach es fucking, ein Buch der Schreiber. Ich bin glücklich. Du kannst ja immer mal was schönes kochen. Oh, wann war nicht du? Du! Ein Gourmetmenü zubereiten. Ein Schinkenspargelröllchen. Eine Partygröße. Dankeschön. Danach kannst du gerne mal auf Trader gehen. Wie sieht's denn aus hier? Ich bin ja nicht so der Spargel-Fan. Obwohl weißer Spargel war nicht so geil. Der grüne ging anders. Aber ich habe ihn ewig nicht gegessen. Weil ich den Essens zu teuer finde und zweitens nicht genau weiß, was ich damit anfangen soll. Ich esse ja in letzter Zeit nur Müll. Also, ja. Warum steht hier draußen Essen und keiner frisst? Das ist eigentlich übel. Wie wäre es denn einfach mal wenn du auf Toilette gehst und danach noch mal eine Runde raus gehst? Einfach hier mal ein bisschen Tränen. Das ist zu unwohl. Okay. Dann nicht. Baby machen. Hier, hier, hier. Ja, hier, hier. Ja, hier. Ja. Ja. Dann futterst du noch mal was am besten. Moment, ich tue mal die Geige hier hin. Und dann kannst du vielleicht noch mal was essen. Und schlafen gehen. Das ist ja echt mal wieder ein echter krasser Zufall, dass die dann alle gleichzeitig pennen. Denn so kann ich hier jetzt eine Aufnahmepause machen. Ja. Und würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Familie components. Bis dann. Bis dann. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017